ich habe eine weile gebraucht leute ich habe eine weile gebraucht aber jetzt gibt es diese komplett verpackte version des reds and towers im download ein paar haben sich das in den kommentaren gewünscht und ja schaut in die video beschreibung ihr findet dort diese version zum download und wie gesagt ist unfassbar es ist wirklich unfassbar werden aufgeklappten hotel turm sehen möchte der ist mit dieser vision auf jeden fall gut bedient ich garantiere dass etwa 90 prozent der reds und schaltung nicht mehr funktionieren werden aber wer darauf lieben gerne skyblock spielen möchte kann das gerne machen und übrigens ist mir aufgefallen dieses ding hier das ding ist in mehreren chunks drin welche man aufgrund meinen shaders nicht sieht jedenfalls das ding ist in mehreren chunks drin aber das wurde nicht zerstört fragt mich bitte nicht warum es ist das einzige was minecraft verschont hat und vielleicht sollten wir das wirklich über das ist das ist ein monument ein monument welches wir für immer hier behalten werden leute auch im richtigen letzten tor gut also wie gesagt download in der video beschreibung